hey ho leute und willkommen zu einer weiteren folge ttt auf dem surfer vom reitry und jetzt viel spaß vor allem wenn ich jetzt nicht geschossen hätte ich wäre ich nicht blöde gewesen ja hinterrücks hattest du mich weg gemetzelt beim gegl wenn ich jetzt nicht abgedrückt wäre ich doof gewesen du bist du danke weil er aufgebildet ja genau wer hat wer hat auf mich geschossen ich war es so gut okay warte ich will auch wo liegt da eine kacke ach so ja nix wie ein mittenwalder jemanden der shotgun gefunden ein mittenwalder ja ich hab ja ich probiere ich probiere heute mal das mittenwalder bier bis festbier geht aber das andere ist ja nicht so beliebt den raum hier äh den dings hier kenne ich aber gar nicht ach scheiße ist das mit diesem krassen laser ja gut gemerkt geht aha den kannst du immer aktivieren hier brennt jetzt wird 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 die feuer er weiß ich nicht wer das war ich bin drum herum gelaufen ich kann sich gewesen sein ich bin schon ewigkeiten weg wenn ich es gewesen wäre wäre es längst aus ja ich bin ich bin ja ich auch gott ja ich schau dich mal in deine warte ja das bin ich das erstes wer ist das und ich bin jetzt moni du weißt du du bist du durch wodurch wo du bist du durch ja also hier liegt einer der sind und ich habe da ich bin in der kammer also der gegner ist tot ja umgekommen ich warte ja ich kann nicht sagen ist da ist doch gestorben weil die haupte lag direkt warte mal das ist erst es ist es ist der robot ja also robert ist tot nein ich bin definitiv nicht mario oder henne ist es immer so eine diskombo leider das ist mir egal ich habe ein nettes fleckchen gefunden hallo bin es nicht glaubst du mir ich stehe in meiner eigenen haupte würde ihm auch nicht glauben er schießt ihn er hat geschossen er hat geschossen er schießt gegenseitig dann weiß ich wer trainer ist der mario ist es der hat mit der dinge auf mich geschossen ja dann erschießen doch ja ich will ja ich habe nur keine anständige waffe ich auch nicht eine nach mario nicht gewissen du bist gut wie wahrscheinlich bitte ja ich bin jetzt den tod und schrauben sagt Oh, ich habe einen Musik. mario bist du denn ich weiß es nicht erst mal wo du bist ich war gerade beim laser und jetzt glaube ich gerade wieder irgendwo anders hin da bin ich nicht das habe ich mitgekriegt weiß nicht mal wo der laser ist bin ich warum bin ich wann bin ich wo bist du wachenauswahl hier die macht doch keinen schaden das dauert frage ist es normal aber normal dass man seine mp mp5 sieht ja er ist ein bisschen das ist normal und wieder sieht ich dachte ja ja nicht die katze nein nein das ist die die funktioniert halt auch und ist dies nicht broken die mit der katze ist zum teil broken das habe ich zum beispiel mal die ja bei mir in der kollektion was ich nicht verstanden habe du hast wirklich weg gemacht oder ja habe ich okay ich habe auch reich weg gemacht mit dem zweiten glückstreffer und danach hat er in die oz gebissen du hast mich zu viel leben gekostet sonst hätte mario noch erwischt ja bei jürgels hinter mir ok also was ich nicht verstanden habe ihr wart euch irgendwo sicher dass ich bin und der reine steht vor mir und macht nichts dachte ich mir so ok da habe ich zwei meinen fördern eben gehauen gehauen ist immer noch hinter mir wenn ich sterbe ist es der gierke hallo warte war das hast du die granate geworfen und mario wieder wie immer warte ich decke und als ich die ja beim geworfen ja du musst hier durch sprung machen auch steckt die tippe steckt die tippe spieler der leute hoch springen auch noch mehr wir brauchen jetzt koks und die vorkenste er geht es nicht weiter was hast du in der hand nikonaut das muss man ich bin ich den ersten krepp der dritte er hat die warte ja also noch stehe ich neben dir und wenn ich gewiss werde ich dich wirklich eingeschossen hat gesagt hat eine waffe aufgenommen guck mich immer so verdächtig an bitte ja wo soll ich hinter den ins war feuer oder ganz gerne alles machen aber hauptsache schießt nicht auf mich hier nicht lang hier nicht lang ist jetzt nicht so ist eigentlich sieht man das wenig ziel oder netz ist das sieht man ja das war eine volle wenn du weiter auf mich guckt sich richtig an warum denn weil du der snipers ich habe jetzt gerade nur eine mp also und drum ich habe das ja genau wenn ich das aber selber immer auf jeden schießen wenn ich trete ja doch ich ob alles schießen fast beide hat bist du treter nein wenn ich trete da bin ich schießt mich dann bin ich dann bin ich für alle anderen kommen kommen hier das ist ein trader körper schießt mich abstehen wir stehen jetzt wie soll ich die da schießen keine ahnung weil der schießt da ich verdammt also ich weiß nicht ralf ja 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 ich habe jetzt irgendwie kassen kann also henne entweder ist mario 2 als ihr zwei seid definitiv nicht wir sind definitiv nicht hätte er nämlich schon längst weggeballert das ist eine jihadbombe lasst weggehen hab ihn der war ein traiter einer von euch ist traiter einer von euch ist traiter ich bin es nicht fick dankeschön der freundlich sehr zuvorkommen das ist auch gar nicht alles traiter ok ralf hätten oder papa warte bei mir ist gerade alles weg alles weg was ist das für granaten ist das alles disco alles weg das ist das war du hast du hast so lange aufgeteilt jetzt wird der der schießen ja ja dann hast du aber so lange gezählt und das war es so oder aber noch eine schütze noch das ist ein hässlicher woche gibt es auch schöne wochen ja schaut kann alles voll ja 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 hallo ich brauche noch ne waffe Hallo, hallo, hallo. Oh, half ist ausgetimed. Ja. Er gemeint, da geht beim Geht nichts mehr. Uäh! Ach Gott, das ist mich erschrocken. Ja, aber halt. Es war noch eine Waffe, eine ordentliche. Was willst du? Gehe ich wieder zu nahe. 716. Ist er weg. Da ist er. Hast du gerade den Laser gedrückt? Ja. Okay, gibst du mir eine Traitor-Waffe, dann darf ich mit Amok. Ich hab keine Traitor-Waffe. Okay. Das müsst ihr Traitor sein. Ist er schon ungefähr ausgetimed. Wird reifes ausgetimed. Von mir steht er immer unschuldig. Auch wenn alle Innocent sagen. Da ist schon mal Mario. Da ist Mario. Seid ihr Spider? Was? Guckt mir nicht an! Komm weg! Guck dich so einfach, wie du willst. Guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Glaubst du, dass es Mario wieder ist? Oh, sorry. Also mich hat er jetzt nicht erschrocken. Von der Glock zurückgewechseln, dann hab ich geschossen. Noch nicht. Gibt es eigentlich auch mal ordentliche Waffen? Ja, da ist eine Waffe von mir. Ja, geht, geht einfach da hinten hin. Du, 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 du. Also ich, ich sag's immer, ich sag's nochmal. Ich weiß nicht, ich glaub nur noch, dass es irgendwie Maria ist. Warum? Weil ich durch die Gegend laufe. Hallo! Hallo Mario. Hallo Hölle. Giergel? Wo ist Giergel? Giergel? Ich bin hier. Okay. Hm. Geh mal da lang. Oh, ist jetzt Seif wurde runter ausgeteilt? Ah! Okay! Mario ist es! Mario ist es! Halt die Fresse, du hast sie erschossen! Giergel? Ich bin hier. Ich warte jetzt bloß noch kurz, wer noch lebt und den erschieße ich dann. Der Ralf ist outgetimed. Ja? Das heißt, wir haben nur einen Traitor. Ach so. Na, Ralf ist doch noch hier. Nein, jetzt ist er weg. Nein, der Ralf ist outgetimed out. Also wer ist es? Ich glaub Mario ist es. Der Oni-Chan ist bei mir. Nein, Mario hat... Ui, der schießt auf mich! Oni-Chan ist es! Mario hat auf Maria geschossen. Oni-Chan hat auf mich geschossen. Dann haben wir zwei... Dann haben wir noch zwei Traitor. Wie gesagt, Mario hat... Mario hat Maria erschossen. Ich hab Oni-Chan jetzt erschossen. Ich hab Oni-Chan jetzt... Gibt's ja... Ey, ne... Ich will's einfach so gut grad vor eurer Rolle laufen. Waren's jetzt noch zwei Traitor? Oder noch eins? Ja, halb bis erst. Weißt du zuerst laufen? Dann ruft er nicht. Zu zweit als Inno-Chan durch die Gegend. Und danach schaltet sofort das zweimal Traitor um. Wir gucken, wir spawnen so gleich im gleichen Raum gucken und dann kriegen wir's nicht mehr her. Also doch, wenn ich euch das nächste Mal sehr einfach reingeschossen schieße. So richtig vertraut und dann... Und dann vor allem so... Hä? Du hast doch Maria geschossen. Ich denk mir so... Alter... Es wird so geil, Maria läuft weg, Hadi. Hoi-Ni-Chan! Ich wollte mir das da anschauen und ich wurde einfach erschossen. Beim Ralf geht jetzt gar nicht mehr. Ralf macht gar nicht mehr mit jetzt? Der kann grad nicht. Der startet den Rechner neu. Ach so. Was war jetzt? Inno war Feuer, oder? Inno war Feuer. Inno war Feuer. Hallo, Alfie! Du kommst zurück, Ralf. Mario, warum rennen wir eigentlich hin und her? Keine Ahnung. Es ist halt so die Frage, bist du... Wenn du Traitor bist, gib mir was. Komm. Gib mir was. Na? Ho. Ah. Jetzt würde ich wenigstens ausgeben können, außer ne Waffe. Er hat mir ne Shotgun hingeworfen. Toll. Hm. Er wollte ne Waffe haben. Er hat mir ne Shotgun hingeworfen, ne neue geholt. Ja, vor allem, hier sind acht Schuss drin. Hinter dir läuft übrigens einer, ne? Der Henne ist hinter dir. Ah! Ah! Aua, hey. Ah! Nein, Spaß. Warum hast du Schaden? Wo hab ich die denn her? Also warum schießt du mich ab? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Ich. Du schuier wieder. Die haben sich beide gegeneinander schossen. Jürgen, warum schießt? Wer hat... Nein, keiner von den beiden. Das ist das. Ganz toll! Gute Idee! Hoi! Hoi! Was ist da drin? Oh! Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, ne Shotgun! Scharfschützengewehr! Du 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 du! Ich hab kein Scharfschützengewehr! Alles mögliche! Wo findet man sowas? Achso, hier! Da wo ich bin! Ich bin hier auch in so nem Raum. Hier gibt's auch alles. Oh, das ist doch praktisch. Henne? Ne, Henne hat Mario erschossen. Da dachte ich, Henne wäre es, aber ich habe ihn erschossen. Achso, Gürgen? Ja, ich habe mich nicht erschossen. Ich habe mich eingeschickt. Irgendwie traue ich Robert nicht. Mach mal mich! Ich verstehe es nicht. Nur weil ich manchmal nur schieße. Du warst so alles raus. Ja, tut mir leid. Wenn die sich gegenseitig erschießen, am Ende bin ich wieder tot. Ist ein Argument irgendwie. Ich hoffe, da und an Traitor fallen vorbei. Du könntest dann wieder aufsperren, dass ich rauskomme. Du 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 du. Was? Aufsperren, dass du raus kannst? Hä? Wie? Ich habe mich in so einen kleinen Raum eingesperrt. Der macht nicht mehr auf. Doch, der macht auf. Du musst an die Tür hingehen und E drücken. Echt? Tatsächlich. Ich war da auch schon drin. Ich weiß welchen du meinst. Ich weiß welchen du meinst. Ich weiß welchen du meinst. Also pass auf 2 wenn Marias ist. Dann schieß ich sie. Nein! Du weißt dass du bist dann schieß ich dich. Ja er schieß Oni-Chan. Ich bin's nicht. Und auch nicht mehr. Er kippt mich random. Kann er Oni-Chan sein oder Kirke. Er macht ein Duell draus und der wo übrig bleibt das ist der Traitor. Wenn nichts angezeigt wird. Oh. Fuck. Ich bin gleich tot. Und Ding war bei mir. Die Tussi mit die Rose. Ich weiß nicht wer es ist. Ich bin gleich tot. Tussi mit den rosa Haaren? Nein. Rosa Hüschen. Maria hast du grad Kirke erschossen? Nein ich hab nichts rosanes. Ich hab was rot-schwarzes. Hast nichts rosanes? Nein. Mario? Er redet ja nicht. Aber Mario müsste eigentlich tot sein. Eigentlich. Außer. Nein. Er müsste eigentlich tot sein. Bin gleich wieder da. Oh. Draußen ist Tag. Es ist hell. Robert. Mhm. Wie heißt es wir sind alleine? Anscheinend bist du Traitor ja. Ne anscheinend bist du Traitor. Oh oh. Alarm. Alarm. Oh nein. Hast du Alarm gemacht? Ja. Warum? Weiß nicht mal. Gab es einen grünen Knopf den konnte ich drücken. Na Bomba. Alarma. Wem ist wo bist du? Du versteckst dich doch schon wieder irgendwo. Versteck mich gar nicht. Frag die anderen nicht versteck mich nicht. Versteckt sie sich? Nein. Bewegt sich mehr als du. Was ist das heißen? 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 Aha. Oh. 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 Aber noch erwischt. Mhm. Na bei 33 schlagen auch. Hättet ihr nicht schon wieder Rooftop. Hättet ihr nicht schon wieder Rooftop. Weil Henne mich so zufällig mit erwischt hat. Guck mal Clou. Ja nicht schon wieder Rooftop. Okay.